So, dann machen wir hier mal ganz spritzig weiter, ne? Los geht's hier. Naja... Geh mir nicht auf den Sack, ey! Ja, ja... Hier hast du deinen Sauerstoff, alter! Erledigt, alter! Sauerstoff! So, wohin? Wohin? Darunter? Oh, schon! Na, wie komm ich denn da hin? Aha! Oh, fuck, ey! Oh! Oh! Oh, komm, komm, komm! Boah, alter! Objekt-Tracker! Ja! Der Betracker wird in Soggebiet automatisch ausgerüstet! Sehr schön! Oh, scheiß Viecher! Da! Da pisst euch, alter! Da! Oh, ausrüst, ne? Oh, ausrüst, ne? Was soll das? Wo sind die Waffen? Na, alle weg! Fuck! Na, komm, latschen wir mal da hin! Wird da wohl nie so weit sein! So, komm, ausrüsten! So, komm, ausrüsten! Oh, scheiße! Shit, alter! Ey, alt leermann, alter! Was war da drin? Oh, scheiße! Wo ist raus hier? Oh, schneller, 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 schneller hier! Jawoll! Meine Fresse, ey! Ach, kacke, Mann! Shit! Komm her, alter! Nachlauen! Ausrüsten, ne? Da ist ja alles voll! Was! Ach, hier fang! Ach, komm her, du Sau! Ach, komm her, du Sau! Oh, komm her! Ich bin mein Maße! Ach, komm her! Oh, das ist die Pfeife, ja, ne? Wollte ich schon sagen. Da ist ja kaum was drinne hier. Das hört sich an. Sie ist leer! Witz! Alles leer! Gibt's ja gar nicht... Was halt leer ist! Witz, Alter! Nein! Oh, Alter. Scheißviecher. Komm, lad doch mal nach, ey, bist du behindert. Der ist doof zum Nachlanden, ich war so ein Gewicksspinner, ey. Na ja, ne. Oh, weiter geht's hier. Mann, 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 hier. Oh, hoch hier. Ja, wie geht denn der hier nicht auf? Oh, ist der behindert, ey. Oh, warum geht der denn nicht hier nicht, ey? Oh, ist das belastend hier, Mann. Ey, der geht nicht hoch hier. Oh, komm, ey, leck mich, ey. Mir zu albern. Ja, muss ich da echt hoch, ey. Muss ich hier extra nochmal kicken, ey. Ja, ist behindert, ey, da. Oh, Mann, ey, weiß ich doch nicht, wo ich hier ist, ey, meine Frisse, ey. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Mal mit dem Scheiß-Controller hier das machen, ey. Ja. Weiter geht's mit der Tastatur hier, kann ja nicht sein, ey. Boah, die haben wir noch gefühlt jetzt, ey. Alter, ich hab's da ja auch nicht. Geh hier hoch, da. Geh hier hoch, da. Drecks hier heute, ne, da. Geh hier hoch, da. Da liegt er, ja. Das muss nicht sein, aber wenn keine Waffen drin sind, warum schickt er mich hin? Tja, gute Frage. Kaum noch Sauerstoff, ey. Der geht nicht runter mit der Tastatur, ey. Ey, was soll denn das, ey. Mann, 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 ey. Scheiß Bug, alter. Boah, jeder Scheiß-Drecksbär, ey. Komm, renn schneller hier. So, latsch mal zurück, jetzt hier die Scheiße, alter. Mann, 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 alter, ey. Oh, komm, ey. Heilen, verdammt nochmal, heilen. Er ist so'n Kotzen, ey. Diese Scheiß-Nachladerei hier. Keinen, Mann, ihr, ey. Er steht da, macht nix, ey. Komm, monik, hält sich nicht, ey. Oh. Tricks-Game, Alter. Nachdem, der ist so'n Kotzen, er ist so'n Kotze. Machin, den Anna hat's, ey. Die Scheiß-Nachladerei. Ja, ey. Ich hab's doch hier nicht, ey! Ich treffe mich auch immer, ey! Geht doch ja, ne! Lade doch mal, na, verdammt! Mann, 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 wie ich mich da mal aufreden kann, ey! Oh, noch mehr Ruhensöhne, Alter! Oh, hoch hier! Mann, ey! Immer diese Aufregerei, immer hier, ey! Wo es nur ein Spiel ist, na ja, egal! Da ja viele meinen, ich rede so wenig, machen wir diesmal anders! Na ja, du hast mich, ja! Du hast dich mit dem Falschen angelegt! Na, wenn du meinst! Boah, Alter, was war denn denn das? Alter! Erledigt! Na, endlich, ey! Mann, 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 Mann! Sei gegrüßt, Ete! Naja, perfekt! Mann, 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 Mann! Zurück! Mann, 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 Mann! Dann了吧! Wissen?! Dann flesseln! Du hättest mich einen Warlord genannt. Bei dieser Kugel schlug ein Loch in meinen Schädel, durch das das Licht Gottes eindringen konnte und ich würde getauft mit dem Wasser der Goka-Fälle. Und diese Diamanten? Leviticus 17, 11. Denn das Blut ist es, welches Blutdiamanten wahrscheinlich. Das sind Überreste aller meiner früheren Vergehen. Jeder Diamant ist eine Sünde. Und diese Hände sündeten oft. Und die Waffen für den Goldenen Pfad? Sie kriegen sie. Und mehr noch. Geh! Sag Amita und Sabal, sie werden ihre Waffen bekommen. Und vielleicht interessiert sie auch, dass Deplu eine große Lieferung Opium vorbereitet bei der Teefabrik. Warte, Opium? Noch so ein grausiges Geschäft, E.G. Nun geh! Sag's ihnen! Und wenn du fertig bist, komm zurück! Denn das Werk des Herrn ist nie vollbracht!